Die letzte Spur der Geister deutet auf die Himmelswacht hin. Suchen wir dort, ob wir sie finden können. Weil es so geil ist. Fahr'n wir zu Fuß? Ne, natürlich im Stile von Destiny mit einem futuristischen Gefährt. Und klingelig. Das ist futuristisch geil drauf. So. Was ist das für Sie? Ach so, ich habe mich so gut auf. Ach so, ich habe mich so gut auf. Nee. So. 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 Ah, der ist da unten. Den las man. Außerdem ist er glaube ich schon wiederbelebt. Ja Leute, ich glaube ich werde wieder auf die andere Waffe umwechseln. Das geht jetzt aber natürlich nicht hier. Sondern erst in der nächsten Mission. Wir begeben uns wieder durch diese Scharbrotstätte. Die Vorhut sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach halten. So, mal sehen, wann der erste Feindkontakt passiert jetzt hier. So, mal sehen, wann der erste Feindkontakt ist. Wow. So, mal sehen. So, mal sehen. So, mal sehen. Oh Das war zu feierlich Jetzt haben sie mich gesehen Ich dachte ich kann warten bis alles aufgeladen ist Oh So, Munition wurde eingesammelt. Die Geister sind noch hier, die Gefallenen haben sie. Oh! Oh! Boah, Nulldeckung, Alter, Nulldeckung Boah, Nulldeckung Boah, Nulldeckung Boah, Nulldeckung so 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 Leute gut Leute, hier müssen wir jetzt leider aufhören, aufgrund eines Notfalls ich bin der Fanggamer, wir beenden hier jetzt abrupt sorry Leute, machts es gut bis dann und ciao